Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu den besten News in YouTube Deutschland. Herzlich willkommen zu den Cave News. MikiTV hat ein neues Statement hochgeladen. Und zwar hat er vor ein paar Tagen ein Video gedroppt, wo er erzählt hat, dass er mit dem Streaming aufhört. Allerdings geht er natürlich nicht einfach so, sondern bringt nochmal ein riesen Projekt an den Start. Und zwar einen Sabaton. Um mich darauf einzustellen, wird es ein letztes Projekt, einen Sabaton geben. Und dieser Sabaton, also erstmal, was ist ein Sabaton? Die Laufzeit des Streams quasi bestimmt der Support, der von euch reinkommt. Ich habe mich da noch nicht drüber festgelegt, wie lange das sein wird. Das Ganze hat logischerweise für sehr viel Kritik gesorgt, da er natürlich seine Zuschauer emotional unter Druck setzt, wenn man sowas als letztes Projekt macht. Denn die Zuschauer wissen ja ganz genau, dass wenn einmal die Zeit abgelaufen ist und er kein Geld mehr bekommt, dass er dann anscheinend für immer offline gehen wird. Jetzt hat MikiTV ein neues Statement hochgeladen, einmal ein YouTube-Video und dazu hat er auch nochmal im Stream darüber geredet. Ganz oben auf YouTube ist in seinem Statement natürlich ein sehr positiver Kommentar angepinnt, der auch nochmal extra gesagt hat, dass er auf jeden Fall im Rahmen seiner Möglichkeiten MikiTV während dem Sabaton Geld geben wird. Und das Ganze hat MikiTV natürlich im Stream dann auch nochmal relativ lange thematisiert. Abschließend kann ich nur sagen, dass ich natürlich beim Sabaton auch was dalassen werde, jedoch nur im Rahmen meiner Möglichkeiten. Fand ich auch sehr, sehr stark. Danke. Er hat mir die beste Unterhaltung auf Twitch geboten und wenn ich mal viel Stress hatte, war er mein Ventil. Daher gebe ich gerne ein letztes Mal. Also hier sagt er nochmal, also der Zuschauer rechtfertigt sich in dem YouTube-Kommentar, dass er sehr gerne supportet und auch sehr gerne ein letztes Mal gibt. In dem neuen Statement auf YouTube gibt es im Grunde auch nur einen richtigen Punkt, worauf er eingegangen ist, beziehungsweise womit er das Ganze auseinandernehmen möchte. Und zwar hat er einen zweiten Twitch-Kanal, der Non-Profit ist. Dort ist er weder Affiliate noch Partner, bekommt also auch für das Streaming dort überhaupt kein Geld. Ich habe seit 2023 oder seit 2022 sogar einen Non-Profit-Kanal. Den habe ich schon aktiv. Das weiß meine Community. Die Leute, die mich nicht verfolgen, die wissen das natürlich nicht. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr das wisst. Ihr müsst nicht den Sabaton subscriben. Ihr müsst dort kein Geld spenden. Wenn ihr das Projekt feiert, dann könnt ihr es unterstützen. Es geht so lang, wie es geht. Und wenn er vorbei ist, dann werde ich nicht mehr Twitch-Streamer sein, aber mich ab und zu auf diesem Non-Profit-Kanal blicken lassen. Und um ehrlich zu sein, klingt das Ganze für mich nach einer billigen Ausrede und das Ganze wegen zwei Punkten. Die erste Frage, die sich mir stellt, warum streamt er dann nicht mehr auf dem Hauptkanal, sondern nur noch auf dem zweiten Kanal? Es macht ja qualitativ wahrscheinlich keinen Unterschied. Es ist ja vollkommen egal, wo er zorgt. Und die zweite Sache ist, wenn das Ganze schon vorher geplant gewesen ist, warum hat sich das dann im ersten Video noch komplett anders angehört? Dort hat er nämlich ganz klar und bewusst gesagt, dass er danach gar nicht mehr streamen wird. Beispielsweise an dieser Stelle hier. Kommen wir mal auf ein paar Punkte, weshalb ich mich dazu entschieden habe, nicht mehr zu streamen oder einen anderen Weg einzuschlagen. Er hätte ja stattdessen einfach sagen können, dass er trotzdem noch auf dem zweiten Kanal streamen wird. Das ist jetzt auf einmal eine ganz neue Information, die es vorher komischerweise einfach gar nicht gegeben hat. Er sagt auch dazu, dass er es schade findet, dass das mit dem zweiten Kanal gar nicht erwähnt wurde, obwohl er das ja selber einfach nie gesagt hat. Du hast ganz klar in diesem Video gesagt, dass du nicht mehr streamen wirst. Er hat sich auch in dem Video darüber beschwert, dass er schade findet, dass das mit dem zweiten Kanal gar nicht erwähnt wurde. Wobei das halt überhaupt nichts ändert, denn er selber hat ja nie gesagt, dass er dann auf einem anderen Kanal unregelmäßig weiter streamen wird. Dazu gab es unter dem Statement auch etliche kritische Kommentare, denn es ist ja ein Unterschied, ob du unregelmäßig noch irgendwo streamst oder ob du sagst, dass du komplett aufhörst. Und auch das versteht er nicht. Also hörst du doch nicht komplett auf, verstehe ich nicht, um ehrlich zu sein. Und das ist zum Beispiel auch, guck mal, der Kommentar hat 454 Likes, Chat. Und ich sage euch, der wird niemals mir folgen können, auch was den Content angeht. Also der wird mich niemals verstehen, der wird auch niemals in irgendeiner Weise mein Content verstehen. Du sagst in dem Video, du wirst nicht mehr 200 Stunden im Monat streamen, sondern vielleicht ganz selten irgendwie online kommen. Ja, aber dann streamst du doch. Bruder, das ist, ich finde das so krass. Ja, Bro, es ist natürlich nicht mehr das gleiche wie vorher, aber zu sagen, dass man gar nicht mehr streamt und jetzt plötzlich zu sagen, naja, also doch, auf dem Zweitkanal halt unregelmäßig, ist ein riesen Unterschied, denn auch unregelmäßige Streams sind trotzdem Streams. In seinem Statement auf YouTube geht er dann auch auf Kritik allgemein ein und dazu sagt er das hier. Offene Kritik ist immer gerne gesehen bei mir, auch unter den Kommentaren. Sobald es beleidigend wird, werde ich das Kommentar einfach löschen und euch ausblenden quasi, auch überall. Aber sobald es Kritik ist, werde ich mir das durchlesen, werde versuchen darauf einzugehen und mich auch immer versuchen zu bessern. Und das ist offensichtlich einfach falsch, denn ich habe in den letzten Tagen sehr viele private Nachrichten oder auch Nachrichten in mein Twitch-Chat bekommen, die gesagt haben, dass sie nach sachlicher Kritik von ihm gesperrt worden sind. Vor allem die Nachfrage nach meinem Video oder nach der Reaction von Monte wurde einfach komplett weggebannt, obwohl man da weder beleidigt hat noch unsachlich gewesen ist. Und nicht nur das, er hat, und nicht nur das, er hat sogar die Worte KuchenTV und Monte komplett aus seinem Stream gesperrt, sodass man ihn gar nicht mehr darauf ansprechen kann. Also was für du gehst gerne auf Kritik ein? Auf 90% der Kritik, die es gerade gegen ihn gibt, ist er auch darüber hinaus gar nicht eingegangen. Dazu bringt er auch in seinem Twitch-Statement teilweise sehr weirde Punkte, wie zum Beispiel das hier. Also ich streame fast seit einem Jahrzehnt, aber ich habe immer noch eine Kinder-Community. Das habe ich auch sehr, sehr oft gelesen. Also ich habe quasi immer noch gelesen, ich habe immer noch eine Kinder-Community. Seit quasi jemand, der 13 war, wo er mich angefangen hat zu gucken, ist jetzt 21 oder der 16 war, ist jetzt 24. Aber bei mir sind unfassbar viele junge Zuschauer. Stimmt, MikiTV hat natürlich recht, denn es ist ja auch einfach so, dass man als Influencer nur in den ersten Monaten neue Zuschauer bekommen kann. Es kann gar nicht sein, dass Leute nach ein paar Jahren mal dazuschalten und die jünger sind, oder dass ältere Zuschauer aufhören, dich zu gucken. Das ist wirklich ein sehr guter Punkt von dir. Ich will gar nicht sagen, dass er eine Kinder-Community hat, das kann ich gar nicht einschätzen, aber auf Twitch sind die Leute im Grunde sowieso meistens immer älter, aber der Punkt ist trotzdem komplett bescheuert. Sehr peinlich ist übrigens auch, dass MikiTV mit seinem eigenen Kanal sein eigenes Video geliked hat, aber ich kann das natürlich nachvollziehen, denn wenn man sich mal die Bewertung anguckt, laut dem YouTube-Dislike-Add-On, dann hätte ich wahrscheinlich den einen Like auch lieber mal dazugegeben. Aber immerhin sieht er eine Sache ein, und zwar wird es keinen Sabaton geben. Wir werden keinen Sabaton mehr machen, sondern es wird ein XXL-Event geben. Wir werden einfach zum Beispiel bis Ende des Jahres komplett durchstreamen, wir werden komplett durchstreamen, und ich werde das quasi für euch machen, und wer supporten möchte, der kann das. Das ist zumindest die mindeste Einsicht, die ich von MikiTV erwartet habe. Aber es kommt noch ein zweites Video zu ihm, und zwar hat er in diesem Statement wieder so viele Sachen verdreht, gelogen, sich wieder versucht, als den besten Menschen hinzustellen, und da habe ich bei ihm einfach keine Lust mehr. Deswegen war das hier nur so ein oberflächliches Thema. Dazu kommt morgen dann noch ein komplettes Video. Ich würde mich freuen, wenn ihr einschaltet. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, und wir kommen zum nächsten Thema. Mois war anscheinend im Knast, und es gibt jetzt ein Statement von seinem Management zu der Spendenaffäre. Mois hat ja vor längerer Zeit angekündigt, nachdem die Vorwürfe hochgekommen sind, dass er anscheinend Spenden veruntreut haben soll, dass er dazu ein Statement bringt. Beispielsweise hier auf Instagram. Auf dieses ganze Fiasko muss wirklich DaVinci-Code-mäßiges Video kommen, und ich muss Maximum-Hype damit mitnehmen. Es tut mir leid. Ich habe in dem Video, bevor ich zur Türkei fuhr, gesagt, ich selber ohne euren Geld werde es selber machen. Habe ich auch gemacht. Und Leute haben völlig frei aus ihren Eiern gespendet, was sie wollen. Und es waren niemals 100.000 Euro. Es waren viel, viel weniger. Und das, was ihr gespendet habt, und top doppelt, habe ich gespendet. Und diese Beweise werdet ihr sehen, weil ich nach Türkei runterfliegen werde. Bisher ist da tatsächlich gar nichts zugekommen. Bis zu dieser Woche. Jetzt gibt es tatsächlich ein kleines Statement dazu. Und zwar kamen die Vorwürfe ja von Chieno. Und anscheinend war es geplant, dass Mois sich mit ihm, mit ein, zwei anderen Leuten, in einem Hotel trifft und die darüber anscheinend vor der Kamera reden und Mois auch alle Beweise vorlegt und damit zeigen kann, dass er nichts falsch gemacht hat. Allerdings ist Chieno dann nicht zu diesem abgesprochenen Treffen gekommen, obwohl Mois extra nach Hamburg gefahren ist, sondern er soll anscheinend die Polizei gerufen haben, die dann auch Mois direkt festgenommen hat. Die Gründe hierfür weiß ich allerdings nicht. Zumindest wurde das Ganze in einem TikTok allerdings so erzählt. Chienos Vater hat versprochen, dass es ein Treffen gibt und er Mois dabei haben will. Beide Seiten sollten ihre Beweise bringen und Mois hatte alles dabei. Stattdessen ist Chieno gar nicht beim Treffen aufgetaucht und ruft die Polizei und es kommt eine große LKA-Razzia im Hotel. Mein Onkel und Mois wurden daraufhin sofort festgenommen. Er wurde dann tatsächlich festgenommen und war die letzte Zeit im Knast. Jetzt kam allerdings ein neues Statement von Mois, dass er jetzt wieder raus ist, dass er sich erstmal einige Tage freinimmt und Zeit mit seiner Familie verbringt und danach weiter durchziehen wird. Das Management hat dazu dann auch noch ein Statement abgegeben und darum gebeten, dass sollte man auf Filmmaterialien von dieser Polizeiaktion und Mois haben, dass man denen das bitte zur Verfügung stellt, weil die das für den juristischen Weg brauchen. Wenn ihr irgendwas habt, dann meldet euch gerne bei denen bei Instagram. Dazu hat sich das Management auch nochmal im Namen von Mois für die ganzen Beleidigungen entschuldigt. Und zwar vor ein, zwei Wochen hat Mois wirklich jeden unter seinem Instagram-Bild aufs Übelste beleidigt, der da auch ganz normal kommentiert hat. Und ja, jetzt haben sie sich dafür entschuldigt. Das kommt zwar nicht direkt von Mois, aber wir lassen das Ganze erstmal liegen. Denn es gibt noch ein anderes Statement von denen. Und zwar geht es hier um die Spendensache. Sie schreiben dazu, dass sie aufgrund der juristischen Schritte, die gerade laufen, nicht alles offenlegen können. Sagen aber auch, dass es ja gar keine Beweise dafür gibt, dass Mois tatsächlich Spenden veruntreut hat. Das Management schreibt ebenfalls dazu, dass die Spenden nicht als Spenden gewertet werden, sondern als normale Einnahmen und deswegen auch ganz normal versteuert werden müssen. Und ja, das ist richtig. Wenn man ein normales Paypal-Konto nutzt, dann ist das tatsächlich so. Allerdings hat er das Geld ja gesammelt, um es dann für ein Video wieder auszugeben. Und diese Ausgaben kann man ebenfalls von den Steuern absetzen. Das heißt, das annulliert sich gegenseitig. Dazu schreiben sie noch, dass auf dem Paypal-Konto 16.000 Euro gewesen sind. Das sind aber nicht alle Spenden gewesen, denn er nutzt das Konto ja auch anderweitig. Unter anderem für sich selber, aber auch wohl für andere Firmen, die auf diesem Paypal-Konto am Laufen sind. Das Paypal-Konto wird auch von jemand anderen verwaltet. Mois hat dafür eine Vollmacht gegeben. Daher ist es sehr schwer nachzuverfolgen, was jetzt wirklich Spenden gewesen sind und was, sage ich mal, anderweitig auf dieses Paypal-Konto gekommen ist. Dazu schreiben sie noch, dass alleine durch den YouTube-Kanal von Mois täglich 1.000 bis 3.000 Euro eingenommen werden. Und auch den Punkt verstehe ich nicht so ganz. Ich meine, meinen die jetzt die YouTube-Einnahmen? Also Werbung und so. Ich glaube, das kann man sich gar nicht per Paypal auszahlen lassen, beziehungsweise wäre mir das neu. Dazu kommt das aber auch einmal im Monat auf das Konto und nicht täglich. Deswegen finde ich den Punkt ein bisschen komisch. Aber vielleicht verstehe ich das auch einfach falsch. Dazu sagen sie, dass Mois insgesamt in die Türkei 26.000 Euro in bar mitgenommen hat, weil man dort nicht mit Karte zahlen kann. Und er zusätzlich auch noch Geld an eine Organisation gespendet hat. Allerdings kennt das Management wohl den Namen dieser Organisation nicht und auch nicht die Höhe. Daher wurde das dort nicht geschrieben. Ich weiß jetzt nicht, ob es so schwer ist, den Namen da rauszufinden, aber nehmen wir das erstmal so hin. Sie schreiben dazu noch, dass es keine Spendenveruntreuung gegeben hat und dass das Paypal-Konto irgendwann sogar gefendet worden ist und sie deswegen auch dort kein Geld mehr drauf hatten. Ja, was kann man also dazu sagen? Erstmal ist es schon sehr unklug, Spenden auf ein Konto zu sammeln, wenn man jetzt sogar im Nachhinein sagt, jo, also eigentlich können wir gar nicht feststellen, was eine Spende gewesen ist und was einfach nur so auf sein Konto kam. Das ist generell schon mal sehr, sehr schwierig, finde ich. Denn es gibt natürlich jetzt die Gefahr, dass Leute Geld für die Türkei gespendet haben, das aber dort nicht hinkommt, weil das Geld einfach falsch eingeordnet worden ist. Dazu muss man dem Management aber tatsächlich recht geben. Bis auf die eine Aussage von Chieno gibt es ja tatsächlich gar keine Beweise, dass da jetzt wirklich 100.000 Euro oder mehr zusammengekommen sind oder dass da irgendwas veruntreut worden ist. Daher zählt natürlich die Unschuldsvermutung und wir müssen warten, vielleicht werden ja noch irgendwelche Belege, Beweise oder sonst irgendwas veröffentlicht. Ansonsten, auch wenn Mois momentan sehr ruhige Aktionen macht, ist er meiner Meinung nach stand jetzt hier auf jeden Fall unschuldig. Was er geht dazu, schreibt es gerne in die Kommentare und wir kommen zum nächsten Thema. Hand of Blood regt sich momentan über die Baller League auf. Die Baller League ist ja ein neues Kleinfeld-Fußball-Turnier, was neu gegründet worden ist und das Ganze läuft sogar ziemlich gut. Jetzt gibt es die Final Four, das hier ist die Abschlusstabelle. Sehr schade für die Gönnergy All-Stars, denn nur die ersten vier kommen halt ins Halbfinale und dann hoffentlich auch ins Finale. Nun gibt es eine neue Information, die Hand of Blood nicht so ganz gefallen hat und zwar folgende. Ich finde, wir haben halt Donnerstag Bescheid bekommen, dass wir das Finale nicht streamen dürfen. Jetzt am letzten Donnerstag. Wir dürfen das Finale nicht streamen. Keiner darf das. Damit alle Baller League-Stream schauen. Das ist auf so vielen Ebenen reudig, muss ich sagen. Ich bin total, also als ich das, man hatte, ne, die Leute aus meinem Team haben mir das extra nicht gesagt, weil sie dachten, komm, Max konzentrier dich auf die, der soll sich auf die Win-Challenge konzentrieren und dann wurde mir das heute Morgen gesagt und als ich das gehörte, war ich fassungslos. Er sagt zwar in dem Video auch, da sie sich jetzt nicht crazy aufregt, aber das Ganze schon sehr, sehr schade findet. Und hier würde mich wirklich eure Meinung interessieren, ob ihr das gut findet oder nicht, denn ich bin da wirklich so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite muss man sagen, dass die Liga natürlich nicht die Reichweite hätte, wenn diese ganzen Influencer da nicht erstens mitgemacht hätten und zweitens, wenn sie nicht selber auch dieses Event gestreamt hätten. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass man natürlich die Veranstalter verstehen kann, denn gerade das Finale, der große Abschluss, da möchte man natürlich, dass die komplette Reichweite auf einem Channel ist und nicht irgendwie auf drei oder vier komplett verteilt und jeder guckt halt irgendwo. Dazu müssen die sich natürlich auch irgendwie finanzieren und natürlich werden Sponsoren und so weiter deutlich mehr zahlen, wenn es nur diesen einen Livestream gibt. Daher muss ich sagen, kann ich die Veranstalter schon komplett verstehen, dass die das Finale nicht streamen dürfen. Bisschen schade ist aber anscheinend, dass denen das erst so spät gesagt worden ist, denn das wird ja wahrscheinlich vorher schon bekannt gewesen sein und das hätte ich als Information tatsächlich sehr wichtig gefunden. Eventuell gibt es noch einige Streamer, die irgendwas Heftiges fürs Finale geplant hatten und dann kriegen die eine Woche vorher Bescheid. Ey jo, ihr dürft das übrigens nicht streamen. Das ist das Einzige, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Was sagt ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare. Das waren die News von dieser Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Okay, thanks, bye. All right.